Werde auch mit Sicherheit daran denken, die Lösung unter dem Video auf YouTube zu verlinken. Nicht. Ich kann jetzt hier Besseres zu tun, als ständig meine Videobeschreibung anzupassen. Ich glaube, mich tritt ein Pferd, Alter. Ihr habt ja jetzt die Lösung in unserem Video. Ich ändere die immer nur, wenn ich von Lena Nachricht bekomme, da hast du einen Rechtshalbfehler. Das stimmt so aber nicht. Das ist der einzige Grund, wenn ich überhaupt irgendwas ändere. Hast du meine Nachricht gelesen, dass ein Video von deinem Potion Permit Uploads super hart leckt? Ja, hab ich. Ich kann es nicht mehr ändern. Ich hab die Rotatei nicht mehr. Ja, das ist dann Pech. Ich weiß auch nicht, warum. Also, weil die Rotatei im Player selber, also das muss dann, wenn, im Schneiderprogramm passiert sein. Weil die Rotatei selber im Player, die war ohne Probleme. Was ist das eigentlich für ein Vieh? Entweder ist es Remorhatz oder Sarromer. Sarromer klingt irgendwie besser. Also, wenn das so woanders rum ist, weißt du? Stimmt. Naja, aber wir werden wohl gegen kämpfen müssen. Wieso hält mich das Ding bis an Cthulhu? Also, ein bisschen. So. Weißt du, was ich meine? Ja. Wo das da selbst Cthulhu hübscher ist, statt wie. Nein, da kann ich nicht stehen. Kann aber hier stehen. Ich wünsche, es würde wie bei. Mensch, Fire Emblem angezeigt werden, wo man angegriffen und gesehen wird. Warte, ich muss mal kurz das Ding angucken. Shit. Natürlich nicht. Schade. I'm sorry. Okay. Ich hab nicht gewusst, dass die mich durch einen leeren Raum sehen können. Oh Gott. Das... Also, ich glaube jetzt eher, dass die da gestorben sind, als andere, ne? Weil... Ich kann mir nicht vorstellen, dass die draußen an den komischen Käfern gestorben sind. Er sagt ja auch, das Schlimmste kommt noch. Also werden sie wahrscheinlich an den Viechern hier gestorben sein. Natürlich buddeln die sich auch. Also, das wäre auch langweilig. Okay, macht schon ein bisschen Damage. Der eine Wolf ist down. Einem dieser Viecher. Was meinst du? Welches Element für die am besten wäre? Luft, Erde oder Feuer? Feuer. Feuer. Geht nach Insekten aus. Insekten bekämpft man mit Feuer. Spinne im Haus. Haus anzünden. Ende. Okay. So, das sind einfach nur Kreaturen. Das heißt, da bringt Verbann nicht so viel. Nee, sind wirklich schritten. Da die buddeln, brauche ich auch keine Klingenbarriere. Ich glaube, das Ding mit einer Krankheit anzufassen, wäre nicht so bad, aber das mache ich jetzt bestimmt nicht als erstes. Nee, so Nahkampfangriffe ist halt immer so gut zur eigenen Verteidigung, wenn man mit ihnen herankommt. Und ich weiß halt nicht, ob die Krankheit dann auch auf uns, wenn die uns angreifen, oder? Glaube nicht, nee. Funktioniert Pandemie aber nicht, Lena? Stand an nichts dran, dass die ansteckend wären. Ich will eine etwas höhere Waffe beschwören. Das ist klar. Übrigens, Rombo, es ist in Deutsch ein Parallelogramm. Also war das zweite ein Parallelogramm und kein... Rechtdeck. Anscheinend. Keine Ahnung. Schlag zurück. Okay. Schlag halt meine Waffe zurück, oder so. Wenn es Spaß macht. Immun gegen Feuer, das ist ja... David. Ein meiner höchsten Zauberplätze für verbraucht. Falls ihr zu Celia kommt, ich wollte mit ihr gleich Schutzgeister anmachen, dann sind wir... geschützt. Um sie herum. Ich weiß nicht, wie fies das Vieh wird. Dunkelschlechter. Okay. Ja, ich bin auch so ein Dunkelschlechter. Im Dunkeln sehe ich auch immer schlechter. Ja, Bernd muss ran. Ja, Bernd kann auch ungeschützt sein. Safety first, Leute. Vergess es nicht. Bernd ist ein eigener Schutz. Ich glaube, das große Vieh wird jetzt unangenehm. Wenn er so einen Initialangriff auf den fast toten Wolf macht, ist... Hohoho. Alles in Ordnung. Wer kann sich jetzt bitte mit dem Wolf anlegen? Ja, schön. So. Ich komme gleich auch noch zu euch. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich den Elementar wieder auflöse, weil das bringt uns ja gar nichts. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich einen neuen Elementar beschwören kann. Ich trat nämlich nicht. Oh, die Tiere verschwinden, wenn ich dann ein Zeichen drauf mache. Ja, es ist eh fast tot, der andere Wolf. Oh, dann... Wird das überhaupt die Volltrefferquote, diese Zeichen, das... Das macht extra damage. Ah. So, was hätte ich denn gerne? Extra Schaden. Blindheit wäre gar nicht so bad. Blind. Ne, gut, oben auf dem Profil hat es halt... Augen. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob das... Naja. Machen wir mal. Hä, wie? Ich hab gar keine Inventaraktion bisher gemacht. Wow. Okay. Wenn du die Sonderaktion machst, geht das, glaube ich, auch als Inventaraktion. Ja, aber es ist nicht immun gegen Gift schon mal. Das ist gut zu wissen. Okay. Feuer war es nicht. Dann... Ja, pack den Erdor hin, der tankt immerhin ordentlich. Hatte ich vor. Oh. Schütz mich, Celia. Ja, schlagt zurück, macht echt Schaden zurück. Oh. Mit erhitzter... Mit dem Effekt erhitzter Körper. Hätte aber drauf kommen können, ob die eventuell gegen Feuer nicht so anfällig sind. Ja gut, das konnten wir vorher nicht sehen. Ja, schlagt, das war's nicht so anfällig ist. Ich bin dabei, Bernd. Wow, Bernd. Der Bus ist schon fast down. Ja. Einfach übel krass. Wow. Wie er einfach, keine Ahnung, sein Daddy wegschubst. Ich bin jetzt dran. Hektar, du alter Sack. Die Zukunft bei der Jugend. Ich hätte auch gedacht, dass da mal so eine Legendary-Aktion kommt oder sowas irgendwie. Das ist gar nicht der Endboss. Aber es müsste der Endboss eigentlich sein. Weil ich wüsste nicht, wo wir sonst hinlaufen sollen. Weil da ist auch schon eine Kiste. Ja. Aber die Tür ist ja zu. Da habe ich nicht hingeklickt, Spiel. Ich habe da hingeklickt, danke. Du magst es? Äh. Oh. Der ist geblendet, der macht jetzt eh nichts. Ja, ne. Ich wusste nicht, dass mein Crew-Gepflicht auch auf Verbündete anhalten gehen kann. Ja, das ist nicht das, was ich wollte. Ja, aber deinen Elementar kannst du ruhig treffen. Über Bernd halt auch. Kannst du den nicht so weit hintersetzen? Das muss der ein Ziel haben, oder? Der muss ein Ziel haben, ja. Ja. Naja, so geht's auch. Ja. Ähm. Spiel. So. Ah. Danke. Ja. Guter Wurf. Kann man sich jetzt schön angucken. War ne 4. Wird 10 dazu addiert. Könnte ne 14 sein. Aber vielleicht auch was anderes. Das Spiel kommt nicht. Mir wird es klar, dass wir es viel so schnell besiegt haben, habe ich so das Gefühl. Achja. Gut. Komplett bugfrei, das Game. Ja. Alles gar kein Problem. Mhm. Legen sich die Geister jetzt eigentlich mit Celia? Ja tun sie. Okay. Ne, wenn du das Zentrum bist, dann gehe ich doch mal aus, ja. Könnte auch sein, dass ich das trotzdem nur um mich machen kann, aber die Bubble dann liegen bleibt. Sicher, sicher. Ey. War ein bisschen Underwhelming, ne? Irgendwer vorigeschaltet legendär. Okay. Kann ja nicht besonders gewesen sein. War alles? Okay, Lena. To be fair. Merton hat mehr Damage als Weitmacher gemacht als ich. Und ich bin fucking Scharfschütze. I am kinda sad. Hat er? Ja. Äh. Splitter des Feuers. Lavastein und ein Pfeil. Das Loot von denen war jetzt eher so... Naja. Pferd voller Regen. Komm mal näher. Ich stehe schräg neben dir. Warum kann ich denn dir nicht zustecken? Naja. Warte. Inventar stecke ich jetzt hier zu. So. Hast du mir gegeben? Der Ring? Der hat sich eingesteckt. Wahrscheinlich habe ich irgendwo... Ja, ich habe irgendwo Pfeiler leer gemacht in den... ...einen Tagebau und so. Wert voller Ring. Soll ich dir mal... Ja, ja. Lass uns mal 10 Minuten rumstehen. Das ist schön hier. Arcana. Devo. Octulus. Ring des obersten Inquisitors. Was tut er denn? Der Ring des obersten Inquisitors. Dieser Ring gehörte einst Hieronymus Bash, dem obersten Inquisitor der Kirche von Arivat, bevor deren Gott die Menschheit betrogen hatte. Als dies geschah, versiegelte Hieronymus den Ring im Tempel und trat im Kult von Einar bei. Die Legende besagt, dass Hieronymus der letzte Überlebende in der Stadt Minris war. 4 von 4 Ladungen, plus 1 auf alle Rettungswürfe, plus 2 auf die RK. Personen beherrschen, 4 Ladungen wirken. Monster festhalten, 3 Ladungen. Personen festhalten, 2 Ladungen. Er hat ziemlich stark auf Burton, I guess. Nochmal extra Rettungswurf. Aber der hat schon 3. Allerdings bräuchte er die... ...Sagen des Glanzes, glaube ich, nicht unbedingt. Und was hat er? Sachen anleuchten. Achso, ja. Aber dafür hatte ich ihm eigentlich die Handschuhe des Crossfangs gegeben. Ich meine, du könntest es austauschen mit dem Siegelring der Bannmagie, dass den jemand anders anzieht und Burton den stärkeren kriegt. Und dann kannst du dir den Siegelring der Bannmagie anziehen. Obwohl du hast schon einen, der plus 1 auf Rettungswürfe und plus 1 auf RK gibt. Eben. Dann ziehe ich den noch an. Ich habe noch keine Ringe an. Ja, dann kriegst du den Siegelring. Den muss ich dann aber gleich... ...muss man die Einklänge gleich erstmal wieder ändern. Oder habe ich den jetzt schon abgezogen? Nee, Bär ist noch drauf. Weiß ja nicht stimmt. Ja, genau, das muss man noch ändern. Ja, dann geh nochmal zum Feuer, würde ich sagen. War sonst sowas drin oder nur der Ring? So war nur der Ring drin. Wow, okay. Das war underwhelming as fuck. Ich dachte jetzt auch, dass es die Quest mehr... ...Pilotungen gibt. Naja. Wir halten das glücklich, I guess. Ich kann mit Bitterwurz noch ein Kind machen. Ich dachte, das ist ein Kind. Ja, deswegen auch ein Kind. Uns fehlen 3 Nahrungsrationen. What? Ich habe 15 gemacht mit Celia. Die verschwinden in der Zeit wieder. Das ist natürlich jetzt nicht gut. Ich habe den Zauber nämlich vielleicht rausgenommen. So. Hatte Burton sowas nicht auch? Ja, aber nicht ausgerüstet. Warte mal. Was mit kurzer Rast? Geht das? Ja, doch bei der kurzen Rast kann man auch Dinge in Einklang bringen. Das stimmt. Der kommt weg. Und die kommen weg. Und dann nimmst du den. Ah, ich kann immer nur eins in Einklang bringen. Das ist doch scheiße. Den Ring muss ich jetzt das nächste Mal in Einklang bringen. Das geht jetzt momentan nicht. Ja, dafür kann ich dann den Siegelring der Bannmagie, I guess. Ich habe ihn rausgepackt, ja. Packst du ihn mir noch ins Inventar? Hab ich schon. Achso, okay. Gut, dann... Muss ich nur noch anziehen, weil im Einklang sind wir ja auch schon, der Ring und ich. Wird reisen nur lustig, ne? Ja, wir sollten, glaube ich, erstmal kurz irgendwo hinreisen, wo wir uns vielleicht... Wo wir uns vielleicht was? Station kaufen können. Ich habe... Ja, müssen wir gucken, wie die Weltkarte aussieht, weil ich habe es vergessen. Ich glaube, wir waren nicht weit von Ker Kiflin weg. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ne, oder Ker... Ker irgendwas, alter. Ker Kiflin war weiter weg. Nevermind. Ach, jetzt sind wir ja wieder hier... Achso, wir haben den ganzen Nebel... Wir haben den Nebel geskippt. Ja, bei mir... Ich schließe die Karte gerade nicht. Ah, jetzt. Weird. Mal gucken. Ker Alice... Weißt du, ein geschildes... Copper Run wäre das nächste. Genau, ja. Dann reisen wir doch mal dahin. Fünf Tage, fünf lange rasten. Ja, dann mach mal schnell. Nicht normal. Vier Tage, drei lange rasten. Ja. Find gut, weißt du, normal ist fünf Tage, langsam ist sie acht Tage und schnell vier Tage. Das heißt, wenn wir uns beeilen, sparen wir nur einen Tag. Wenn wir langsam machen, brauchen wir drei Tage länger. Joach. Äh, klar. Ähm... Ich verarschen. Wir haben gerade gegen solche Viecher gekämpft und zack, ja, nochmal welche. Ja, jetzt sind sie überall. Yes. Hm. Wir haben uns ja beschweren, dass die so einfach gewesen sind, ne? Hä? Wir haben mich nie wieder über irgendwas. Ach, deswegen liebe ich dich so sehr. Jetzt sind das vor allem zwei von diesen großen hässlichen Kackviechern. Ach ja, Mensch. Wo ist denn das zweite? Ach, hinter uns. Ach so. Ach ja, Mensch. Ach ja, Mensch. Ja, und die Kleine sind auch noch da. Ja, das Kleine juckt ja nicht. Sie sehen ein bisschen aus wie überdimensionierte geflügelte Schrimps. Hart mit einem Tausendfüßer. Das ist der eiskalte, äh, eiskalte, ne wie hieß der blauer Drache mit eiskaltem Blick nur in rot. Das sind Kanälen. Das sind Kanälen. Da hab ich noch die Dinger, äh, ja, ich hab noch die Dinger ausgerüstet. Kinders, das passiert später, wenn wir uns nicht um unsere Erde kümmern. Ja? Wieso kann ich den nicht angreifen? Zu weit entfernt? Willst du mich trollen? Dann hat ja Panischessen eine ganz andere Bedeutung. Hä? Vielleicht weil du im Gebüsch stehst? Mal Amin. A guckst du, hast sogar in die Wand geguckt. B hast du ein bisschen Geschripp im Gesicht. Ich weiß nicht, ob das so... Nein, es ist blind. Ah, du hast sieben Schalen gemacht. Der Kurzbogen reicht nicht. Ja, ist halt kurz, ne? Du bist kurz. Nee. Wüsste nicht, wo ich kurz sein sollte. Jaaaa! Ein neuer Anwärter betritt den Ringen. Ja. Ob die eine Augentration dabei haben, Lena? Wut denn? Bitch, bist da. Kann sein, dass die einen Kloppers dabei haben oder so. Aber nicht halb zehn. Nein. Okay. Ich wollte doch erst Beefy sagen, aber die vegane Beefy schmeckt nicht. Waffe. Waffe. Kannst du jetzt... Ja. Ach so. Ach so. Celia war wieder kurzsichtig, oder was? Das war sie. Celia, ich geb den Tipp, der hilft ne Brille. Celia, außer Reichweite willst du mich trollen, Alter? Ich hab doch das ganze Spiel lang schon weiter angegriffen. Ja, okay, dann ist es dann... Ja, okay, dann ist es dann... Äh... Ach so. Ach ja. Ja. Komm, einfach mal kurz Hallo sagen, das war's dann auch... schon. Hm. Weiter fragst du dich. Berden, wenn du baden willst, das geht auch einfacher, ne? Du musst nicht mit dem Kampf irgendwie extra... ins Wasser sprengen. Ich sag's nur, ne? Geht nicht einfacher, ich hab nämlich keine Badewanne. Heißt du berden? Da hab ich jetzt drüber nachgedacht. Weiß ich werden, weiß ich nicht werden. Also du kannst doch die Dusche zugeben, dann kannst du auch ne Badewanne... Nur um stehen. Denk da mal drüber nach. Perfekt. Du weißt schon, dass du jetzt eher so Richtung die anderen beiden rennst. Ja, aber dort hab ich immer ein bisschen Schutz. Na gut. Na gut. Okay, Spiel. Ich würde gar nicht was machen. Danke. Ich denke da eine tolle Waffe, die da was machen kann. Ich frage mich gleich, ob das gewollt ist, dass die danach einfach so als... ...random Encounter hier... also auftreten können. Ich finde irgendwie sehr wild. Ja, schon ein bisschen. Ich dachte, der will jetzt mich angreifen. Dachte ich auch. Oh Gott. Mein Elementar lebt nicht mehr so lange. Hau da gut zu. Okay. Der greift nur einmal an. Wegen blind oder was? Aber wie? Der muss ja nur noch angerustet werden hier. Klar, mit dem Kampfleder muss erst mal in die Taschen gucken. Tschüss Celia. Ach Gott, ich schon wieder. Weil ich ja so viel Schaden mache. Ich bin ja richtig nützlich hier nicht. Stimmt. Wenn jemand gegen Feuer hast du irgendwie gar nicht so viel, ne? Die stärksten Zauber sind halt normal mit Feuer verbunden. Das ist halt ein bisschen blöd halt, ne? Das ist mit der kleine Schrimp, der noch kein einziges Mal Schaden genommen hat. Bis jetzt. Okay. Herr Elementar. Sie dürfen. Heute. Danke. Ja, mein Gott. Ich verspring einfach mit Bären, ja? Bis er dann angekommen ist. Da ist sie vorbei. Also. Kann ich mir auch schon fahren. Siehst du? Siehst du? Sag ich doch. Heute hebst du den Loot auf? Da drüben? Weil da ist wahrscheinlich eh wieder nur Pfeile. Ja, das stimmt. Oh nein. Das sind auch komische... Lavasteine. Später des Feuers kannst du mir geben. Aber mir stacken die. Ich hab jetzt schon welche momentan. Und Lavasteine hab ich auch schon. Steine. Steine. Ich hab auch davon ein paar Steine. Achso. Toll. Bei den Später des Feuers hatte ich noch keinen. Willst du weiter lagern? Ja, will ich. Wir haben zwar nur eine Ration. Wer weiß, wie wir lagern. Aber... Du hast ja auch momentan keine Nahrung finden können, ne? Leder, wir werden verhungern. Ich hab's mal wieder keine Nahrung gefunden. Meine Fresse. Schon wieder keine Nahrung. Jaja, dafür sind wir ja jetzt in Copperan. Magst du schonmal Sachen verkaufen und Nahrung kaufen? Dann geh ich kurz auf die Trette und würde dann rauchen gehen, schnell. Jo. Dankeschön. Soll ich trotzdem Pause einblenden? Ja. Ja komm, mach ich. Ich weiß einfach, was ich zum Schneiden. Zack. Und... Zack. Bis gleich. Muss noch warten, bis ich klicken muss, oder? 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 Ja. Oder? Oder, oder? Oder? Spiel! Danke. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.